Können sie meinen Sub vorlesen? Sox, ich hab den Sub schon grad vorgelesen, du edel Kuh. Aber vielen Dank für den Luisa, Buddy. Kannst du mal im Fullscreen einen gehustelten Dab raushauen? Wofür war das jetzt? Für dein Schulprojekt, oder? Wofür habe ich das jetzt gemacht? Ich fühl mich ein bisschen weird jetzt, muss ich zugeben. Ein bisschen benutzt fühl ich mich. Wofür habe ich das jetzt gemacht? Wofür habe ich das jetzt gemacht? Wofür habe ich das jetzt gemacht?